so leute ich weiß ihr wollt gameplay sehen das will ich auch aber es ist noch nicht so weit rechner ist aber noch kaputt leider und deswegen kann ich gerade so was hier gerade so noch schneiden das kostet mich irgendwie drei stunden dementsprechend mehr wird es halt auch leider nicht außerdem kann ich mich nicht mit anderen leuten großartig treffen auch das schwierig dementsprechend ist leider nur dieses setup übrig geblieben und deswegen dachte ich zeige ich euch heute etwas was ich tatsächlich gerne machen würde mit mehreren sachen ich würde ganz gerne mehr auf die anderen game modes mal eingehen zumindest eine kleine reihe im blackie zeigt modus ihr wisst ja ich bin von herzen aus legacy spieler ich liebe competitive gameplay allerdings in mir ist immer noch so ein kleiner casual der ganz gerne mal mit seinen kleinen boostern hier gucken dass es nicht gerade rein spiegelt mehr mache als dass ich nur sie aufreißen und zwar habe ich das booster battle mit einem kollegen immer wieder gemacht im laden ist der hammer ihr nehmt ein normales booster hier wird ein modern horizon booster ist egal ihr könnt auch ein draft booster von irgendeinem anderen set nehmen so wie wenn ihr draft booster haben wollt ich habe das noch nicht ganz raus mit den set boostern draft boostern den unterschied davon wenn es um diesen spielmodus geht aber das geht mir bei den anderen sachen die ich zeige ähnlich ihr nehmt einfach so ein kleines booster ich kann es mir die ganze echte karten und nehmt euch zwei von jedem stand und land typ also zwei gebirge zwei inseln zwei ebenen und so weiter und so fort und dann macht ihr dieses booster auf legt es verdeckt auf den tisch ohne euch das anzuschauen nehmt die zehn länder und mischt sie dazu also habt ihr elf länder hier drin 11 auf 14 ist ein bisschen krass hochgedreht von den ländern sorgt aber dafür dass sie eine sehr ausgewogene mana basis habt und dementsprechend auch ein ganz gutes spielerlebnis ihr spielt ein ganz normales spiel von magic mit draw face main face combat und so weiter und so fort wir haben persönlich halt immer nur mit zehn leben gespielt man kann da vielleicht auch je nach set ein bisschen anders spielen wir haben immer mit zehn leben gespielt was ganz okay ist und dann spielt ihr damit gegeneinander also ihr braucht zwei davon und ihr könnt das nur zu zweit spielen ihr könnt natürlich auch multiplayer spielen damit wird es echt dämlich aber einfach so ein kleines booster battle jeder holt sich gerade booster mischt zehn länder rein schmeißt die auf den tisch und gibt gas das haben wir meistens mit ungesleeveden booster gemacht und ja wir haben es auch mit modern rising gemacht und ja es wurden auch force of negation damit gemischt ohne sleeves das passiert halt mal damit ihr könnt natürlich auch einfach 15 sleeves nehmen und könnt dann einfach die karten eins lieben verdeckt natürlich plus die zehn länder die ihr eh noch habt die auch eingesleeved werden sein sollten dann spielt ihr einfach gegeneinander es geht einfach nur darum ratzfatz dauert auch nicht lange ihr seid normal so fünf bis zehn minuten durch wunderbar die neuen karten kennenlernen man lernt auch viel mehr über die booster weil ich liebe ja die booster das ist ja auch der grund warum ich meine booster openings die ja dienstags und donnerstags kommen auch so ein bisschen zelebriere auch wenn es immer nur ein booster ist aber ich gehe halt hin und sage hey ich mache ein booster nehme jede kamen durch lese mir die kamen durch schau mir das artwork an genieße so ein bisschen diese karten die wir haben weil gerade im competitive bereich ist halt oft karte angucken power level evaluieren der text ist wichtiger als die box oder das frame oder ähnliches und gb das will ich nicht zumindest nicht mit meinen boostern das ist meine sichtweise und anscheinend bin ich da nicht alleine weil wizard of the coast hat in die sendiger set booster und sofern ich gehören habe auch in die cull time set booster da bin ich mir nicht ganz sicher das werden wir ja nächstes wochenende klären bzw theoretisch haben wir dieses wochenende pre-release gehabt aber die set booster kommen nicht zum pre-release ich bin mir noch nicht mal sicher ob sie zum release kommen oder eine woche nach release ist ja auch egal wir werden das auf jeden fall lernen ob da noch mehr dieser kleinen karten drin sind und dabei rede ich von denen hier gucken dass sie nicht glättern so hier einmal da davon gibt es natürlich fünf stück und da hat wahrscheinlich noch nie jemand wirklich darauf geguckt oder hat sich damit auseinandergesetzt wie das genau funktioniert deshalb dachte ich mir es ist ein verschiedener spielmodi ich mag spielmodis die mit boostern zu tun haben ich mag spielmodis generell tatsächlich sehr dementsprechend schauen wir uns das mal gemeinsam an ich gehe alle fünf durch nachdem ich euch meine version mit dem booster battle vorgestellt habe geben wir die fünf durch und wenn euch das gefallen hat können natürlich gerne das video liken kommentieren ähnliches aber viel wichtiger ist wenn ihr kommentiert schreibt mir mal in die kommentare ob ihr gerne noch andere spielmodis sehen wollt gerade argenemy plane chase oder auch manche kleine sachen die manche leute überraschen würde was wizard of the coast alles zu pre-release gemacht hat ich habe da eine ganze 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 menge ich glaube im video zeige ich dann noch mal ein bisschen mehr im laufe des videos was man noch so alles an spielmodus vorstellen könnte wenn ihr da interesse drin habt schreibt mir das in die kommentare wenn jetzt mein pc wieder läuft werde ich natürlich versuchen gameplays aufzunehmen und euch sonntags wieder mit legacy gameplays vollzuwerfen allerdings habe ich ja immer noch mittwoch donnerstag freitag wo ich keine videos hochlade und da kommen ja normalerweise die ganzen blackie erklärt blackie zeigt und ähnliches die muss ich natürlich auch irgendwie füllen und so game modus vorstellen kann ich mir sehr gut vorstellen dass das ein paar leute sehen wollen gerade wenn es casual geht es gibt eine ausnahme leider das sind vanguards weil an die vanguard karten komme ich einfach aktuell nicht wirklich dran ohne dafür unmengen geld hinzulassen wenn da irgendjemand vanguard karten hat und möchte dass ich die vorstelle könnt ihr mich gerne anschreiben dann gucken wir dass ich die vorstelle mit eurer hilfe und schicke euch die zurück oder ähnliches auf jeden fall gibt es da einige spielmodus die ich noch habe und wofür ich auch noch einiges an supply habe also nicht nur die standard dinger die man aus den boxen gekriegt hat sondern vielleicht auch ein bisschen mehr dementsprechend jetzt viel spaß mit den fünf game modes oder wie magic sie nennt die mini games so leute damit kommen wir jetzt zu den eben angesprochenen mini games wir fangen an mit nummer eins das base race base race hier oben sieht man immer wunderschön was man braucht zwei spieler drei packs es wird leider nicht dabei geschrieben was für packs ob sie jetzt draft booster sind ob es set booster sind oder ob es collector booster sind wird leider nicht bei gesprungen und man braucht zehn minuten zeit der objective haben sie sehr schön reingeschrieben unter den treasure huntern auf syndica ist die konkurrenz sehr groß und wir müssen das gegnerische base camp finden bevor sie unseres finden das erste was wir machen müssen ist der aufbau wir öffnen drei packs geben ein basis land an jeden spieler also wirklich ein basis land und removen alle anderen land karten und jede karte die kein magic back hat wie zum beispiel hier so ein token der andere sache hat das heißt wir schaffen dann die übrigen karten und geben elf karten an jeden spieler jetzt können wir mal ausrechnen wie viel wir brauchen jeder spieler guckt seine karten an also elf karten plus eben das basic lane sind zwölf karten das heißt insgesamt sind es 24 karten bei drei packs 24 karten strange okay dann ist es so dass man face down in einem vier mal drei grid also ein eins zwei drei vier karten und dann das in drei reihen sich nen board aufbaut und der gegner macht das genauso also hat man insgesamt eine vier mal sechs area der erste der die richtige das grid hingelegt hat darf auch anfangen auch hier vier mal sechs sind 24 aus drei boostern 24 karten ist strange aber okay dann kommen wir zum spiel beim spiel ist es so dass der spieler an seinem zug an dem er dran ist eine ihrer karten auf einen anderen space legen kann entweder vertikal oder horizontal also so und so aber nicht so also nicht diagonal steht extra dabei und nicht auf ein space was von einer anderen karte von sich ist bedeutet man kann aus der dritten reihe nichts in die zweite legen also dritte reihe in die zweite weil da hat man ja schon space occupied beziehungsweise da sind schon meine eigene karten ich kann also nur aus der ersten reihe beim start aus der vordersten reihe auf die des gegners legen man kann sein move auf sicher auf eine leere fläche legen also man muss nicht immer auf den gegner karte legen sondern man kann auch auf eine leere legen oder eben man bewegt sie auf eine gegner karte weil auf eine eigene geht ja nicht und dann hat man ein battle bei einem battle ist so dass beide karten revealed werden und danach geht es nach den folgenden karten wenn eine kreatur beziehungsweise hier auch eine artefakt kreatur aufgedeckt wird gewinnt die kreatur mit den höchsten verteidigungsstärken der loser sag ich mal der verlierer muss die karte beiseite legen wenn es gleichstand ist gewinnt der angreifer für alle dies wieder vergessen das ist die widerstandskraft legendary creatures und planeswalker gewinnen immer gegen non legendary creatures auch artefakt creatures wenn die gegeneinander betteln gewinnt derjenige mit den höchsten loyalty beziehungsweise mit der höchsten verteidigungsstärke als der toughness wenn es gleichstand ist gewinnt der angreifer also hier wird dann auch tatsächlich von einer kreatur die verteidigungsstärke gegen die loyalty counter die ein planeswalker hat gesetzt was ganz cool ist wenn die revealte karte eine spontanzauber karte eine hexerei karte oder ein enchantment ist werden beide karten abgelegt sozusagen eine fallen karte wenn man hingegen ein artefakt trifft ist es so dass der spieler der das artefakt beherrscht egal ob angreifende oder verteidigende muss dieses artefakt beiseite legen und bekommt einen extra zug das ist ziemlich mächtig wenn beide karten ein artefakt revelen also wenn beide artefakte haben sozusagen bekommt nur der angreifer ein extra zug das ist schon ziemlich gut und natürlich braucht man eine win condition wenn das land getroffen wird also wenn das land angegriffen wird oder man eben mit dem land angreift dann verliert man das spiel hingegen wenn die länder sich gegenseitig angreifen dann gewinnt der angreifende landspieler das spiel also wenn zwei länder aufgedeckt werden gewinnt eben der angreifer das ist der erstes erste minigame aus diesem syndica set booster gedöhnt und ich würde sagen wir gucken uns mal das zweite an dann gucken wir uns den zweiten spielmodus an den haben wir hier ändert sich booster blitz man braucht zwei spieler zwei booster und zehn minuten zeit spart also ein booster hier ist ein rechtschrift fehler glaube ich drauf es sollte glaube ich nicht best your opponents sondern beat your opponents heißen quality control beat your opponent in a series of fast magic games using only the cards in a single pack also man nimmt nur ein booster und hat dann ein kleines best of three so jeder spieler öffnet eine packung also ein booster und macht vier stapel daraus jeweils natürlich dann drei karten weil wie wir schon gerade eben festgestellt haben wursatz rechnet mit teilweise sehr strange booster verteilung hierbei sind zwölf karten also gehe ich davon aus hier reden hier von einem set booster beim ersten da bin ich mir noch nicht ganz sicher da könnt ihr mal in die kommentare schreiben irgendwer von euch wie das ausgerechnet hat es werden hierbei nur magic karten rückseiten benutzt wie ja gerade eben auch schon weil wir die karten eben verdeckt legen und zwar ist es so dass man in diesem fall praktisch sechs an den start bringt die man gegeneinander spielt man hat fünf lebenspunkte infinite mana und verliert das spiel nicht nur wenn man keine karten mehr in der bibliothek hat was ganz cool ist man bestimmt random wie anfängt also es wird einfach ein würfel geworfen oder ähnliches wie wir das schon kennen und jeder spieler wählt dann einen dieser stapel vom gegner und sagt mit dem musst du zum beispiel jetzt spielen der gegner macht eben genau dasselbe bei einem danach zieht man danach zieht man alle drei karten davon man hat ja vier stapel man versucht halt mit vier decks zweimal zu gewinnen beide spieler ziehen alle drei karten und spielen eine ganz normale magic runde nur dass sie eben infinite mana haben und fünf lebenspunkte wenn ein spieler das spiel verliert darf er in der nächsten runde anfangen was ziemlich ungewöhnlich ist und gewinnen tut der spieler der zwei matches gewonnen hat ich habe hier noch nicht ganz verstanden warum man nicht drei stapel a4 karten macht und leider gottes vier stapel a3 karten macht aber die werden sich dabei schon was gedacht haben und so hat man halt immer einen stapel übrig probiert es aus dann kommen wir zur nummer drei die sind hier unten ja sogar nummeriert wir haben noch das booster sloth wieder zwei spieler wieder zwei packs und zehn minuten zeit der objective es steht jace im objective damit ist es wahrscheinlich das unbeliebteste der ganzen mini games was ich durchaus verstehen kann und es geht im endeffekt darum hinweise des gegners auf seine mysteries zu machen was es genau bedeutet gucken wir uns jetzt mal an man bestimmt zufällig wer anfängt derjenige der anfängt ist der secret keeper und der gegner davon eben der detective also man hat einen geheimniskrämer und eben jemanden der herausfinden möchte was da für geheimnisse sind ich werde ihn jetzt auch weiterhin geheimniskrämer nennen als allererstes öffnet der geheimniskrämer einen booster nimmt natürlich alle landkarten und alle karten die kein magic rücken hatten mal wieder aus diesem booster raus danach mischt dieser spieler sind diese karten also die restlichen karten die noch drin sind und guckt sich eine davon aus diese karte ist die geheimniskarte die mystery card danach gibt der geheimniskrämer dem detective alle anderen karten in seinem booster und damit beginnt das spiel der detective muss richtig vier sachen haben also vier facts about the mystery card also von der karte die brauchen combated mana cost farbe card typ und anzahl der wörter im namen um das zu versuchen drehen sie eine karte nach der anderen von den restlichen karten die der geheimniskrämer einem zugesteckt hat um jedes mal wenn eine karte umgedreht wird erzählt der geheimniskrämer dem detective was die karte die gerade umgedreht ist mit seiner geheimen karte gemeinsam haben danach kann der detective eben sagen was seine vermutungen sind oder er bekommt einen weiteren hinweis indem er eine weitere karte umdreht der detective hat nur einmal einen versuch vier sachen zu raten und der detective muss auch alle vier richtig haben um das spiel zu gewinnen sobald der detective seinen rateversuch nenn ich es mal gemacht hat endet die runde und die spieler tauschen ihre rollen dementsprechend ist der ehemalige geheimniskrämer jetzt der detective und der ehemalige detective jetzt der geheimniskrämer und das ganze passiert mit einem weiteren booster nochmal danach geht es darum welcher der detectives die wenigsten karten gebraucht hat um eben dieses ganze dingen zu gewinnen gewonnen hat der detective bzw der spieler ab dem moment sind es ja keine detectives mehr der am wenigsten karten gebraucht hat also als hinweiskarten gebraucht hat und alle sachen richtig hat wenn kein spieler richtig geraten hat dann wird hier empfohlen noch mal eine runde zu spielen dafür müssen aber zwei neue booster halten weil manche leute können sich eben sehr gut merken was in boostern drin war das ist der nachteil von den ganzen booster games ihr verbratet dabei unglaublich viele booster aber es macht immer noch mehr spaß als sie einfach so aufzumachen denn wir auch schon im intro erwähnt diese mini games sind dafür da noch ein bisschen mehr spaß aus den boostern rauszuholen und deswegen gehen wir jetzt mal zur nummer vier royal royal man hat zwei bis sechs spieler sechs spieler ist halt schon viel ein booster was echt wenig ist und nur fünf minuten das ist ein ziemlich schnelles spiel ich glaube das ist das einzige mit fünf minuten mal gucken was es kann das objektiv ist der schnellste zu sein man möchte auf sendika ganz viele von diesen quaruinen aufspüren und diese durchsuchen ohne dabei vom wrath of the royal getroffen zu werden als allererstes nehmen wir unser booster und machen es auf und entfernen alle karten die eben keinen magic rücken haben danach werden alle karten face down auf dem tisch verteilt und derjenige der als letztes campen war das ist bei mir sehr lange her der darf anfangen nach und nach darf jeder spieler eine karte auf dem tisch aufdecken wobei jede karte je nach seltenheit und foil oder non foil verschiedene effekte hat wir haben camps das sind einfach nur camps und die nachdem sie aufgedeckt werden werden einfach abgeworfen danach haben wir an cams reas und mythics das sind guides immer wenn ein spieler einen guide aufdeckt darf er diese karte behalten vollkarten sind maps hier ist ein bisschen größer längerer text was maps im endeffekt sind ihr nehmt die karte die ihr dann aufgedeckt habt beiseite die eben eine map ist eine vollkarte halt und ihr könnt sie einsetzen und könnt bevor ihr eine karte euch aussucht einmal ganz kurz unter diese karte gucken und euch entscheiden ob wir diese karte dann haben wollt oder nicht und wenn ihr eine map benutzt habt müsst ihr nachdem ihr eben eine karte euch genommen habt die map auf dem tisch wieder verdeckt hinlegen und wieder das ganze mischen also werden maps immer wieder während dem lauf des spiels immer wieder auf dem tisch verteilt foil an kamens reas und mythics können entweder eine map sein die ihr eben behaltet und sie danach wieder in den tisch rein werft wenn ihr sie benutzt oder ein guide dann ist das standard land das standard land ist die ruine wenn ein spieler das standard land reviert und er keinen guide hat also keine normale ankommen oder rare oder mythic oder eben foil ankommen rare oder mythic dann wird er aus dem spiel eliminiert weil er von the royal gekillt wird wenn ein spieler nur einen guide besitzt dann wird sowohl der guide als auch die ruine wieder facet down gelegt also sie werden wieder in den spiel reingebracht das ganze der ganze tisch wird geschaffelt also wird randomized damit niemand mehr weiß wo was ist und das spiel geht weiter gewonnen hat nämlich erst derjenige der mit zwei guides also mit zwei tour guide sozusagen die ruine findet und dementsprechend müsst ihr da schon was haben hier ist auch noch mit drin the last player standing das haben wir beim ersten mal nicht so gemacht und glaubt mir das passiert gefühlt häufiger als dass man zwei guides hat und die ruine findet weil ich habe ja einige dieser mini spieler nicht nur das booster battle was ich euch am anfang vorgestellt habt sondern eben auch diese mini games hiervon bis auf eins alle schon gespielt und tatsächlich war das hier einfach eins meiner favorites strictly better wahrscheinlich von den meisten sehr verhasst ich fand es tatsächlich geil dieser spielmodus geht laut der karte von drei bis sechs spielern man braucht drei bis sechs booster und es dauert ungefähr 15 minuten rechnet ein bisschen mehr mit ein hierbei geht es darum die stärkste karte im standard im draft oder eben die hübscheste karte zu wählen dabei ist man natürlich alle eine art von schiedsrichter die eben versuchen magic karten diesen kategorien zuzuordnen es wird zufällig bestimmt wer der erste schiedsrichter ist und jeder spieler öffnet seinen booster pack jede karte ohne ein magic rücken wird natürlich entfernt und danach darf jeder spieler seine karten angucken auf der rückseite dieser karte ist eine liste an kategorien und der erste schiedsrichter bzw der schiedsrichter der gerade dran ist sucht sich eine dieser kategorien aus es kann entweder random sein oder eben seine lieblings kategorie jeder spieler legt dann verdeckt eine karte vor sich hin wo eben er denkt dass diese karte am besten in diese kategorie passt und nachdem alle das gemacht haben sagt der schiedsrichter dass die karten aufgelegt werden und alle karten werden gleichzeitig aufgedeckt der schiedsrichter sucht sich dann aus was er denkt was zum beispiel die hübscheste karte auf dem tisch jetzt gerade ist und hat damit einen gewinner bestimmt und dann geht dieser schiedsrichter posten dieser schiedsrichter sache geht dann zum nächsten spieler und der sucht sich dann wieder eine kategorie raus wichtig das haben wir beim ersten mal falsch gemacht der schiedsrichter spielt natürlich nicht selber mit es ist ja total dämlich wenn der schiedsrichter mitspielen würde so dann haben wir hier der erste spieler der drei kategorien gewonnen hat ist ein gewinner und wir haben 34 kategorien wir haben bester urlaubspot first pick and draft die hässlichste die hübscheste die glitzerndste die beste rock band name ist wahrscheinlich hadrons der beste anführer und so weiter und so fort ihr könnt das hier mal kurz pausieren und euch die eben alle mal angucken es gibt 34 kategorien es sind eine menge kategorien und ja dementsprechend ist da auch eine menge spielspaß mit drin auch wenn man das zwei oder dreimal macht wie gesagt hierbei ist es so dass man eigentlich keine grenzen hat mit dem drei bis sechs aber eben umso mehr man hat umso mehr zeit geht für das diskutieren drauf weil wir kennen alle magic spieler niemand geht hin und sagt ja der schiedsrichter hat natürlich recht sondern jeder will natürlich dass seine karte gewinnen dann sagt man warum nimmst du jetzt die warum nimmst du nicht meine meine hat doch das und dann geht man ins diskutieren rechnet länger als 15 minuten ein so grundsätzlich ein sehr lustiges spiel ich lege die alle noch mal hier rein die ich mir jetzt besorgt habe ich habe von einem judge kollegen habe ich tatsächlich alle bekommen weil ich habe die tatsächlich alle nicht gehabt vielen dank vielen vielen dank dafür und ja ich würde sagen ich habe noch ein paar andere spielmodis wenn ihr die sehen wollt lasst mich das auf jeden fall wissen es sind ja nicht nur diese sachen es sind ja auch sachen wie plane chase es ist sowas wie arch enemy es gibt noch diese wunderschönen die habe ich zufällig auch hier liegen lustigen necks wie im angesicht der horde das ist so man spielt eins gegen die horde oder drei gegen horde oder fünf gegen horde wenn ihr das euch das interessiert wenn ich da mal noch was mehr zu machen soll sagt mir da bescheid dann bin ich da gerne zu bereit ich liebe diese spielmodis und ich habe euch heute seit sechs stück vorgestellt meinen eigenen den ich hauptsächlich immer wieder mit einem kollegen spiele schöne grüße an dich steffen ich vermisse das sehr das im laden mit dir zu spielen und eben die fünf weiteren die wizards einem vorgeschlagen hat ich bin mal gespannt ich habe es jetzt noch nicht gesehen ob in kaltheim auch diese teile drin sind das video wird ein bisschen im voraus produziert deswegen könnt ihr mir das gerne in die kommentare auch noch mit reinschreiben oder eben ich werde bis dahin es wissen und werde daraus schon ein video gemacht haben wie gesagt sagt mir mal bescheid gibt mir mal irgendwie ob er jetzt mir daumen hoch gibt ob ihr kommentare schreibt oder ob ihr das kommentar liked wo dann drauf geschrieben wird ja bitte macht das mehr oder nein bitte lasst das für immer und ewig wir hassen spielmodis ohne ende sagt mir das einfach damit ich das irgendwie sehen kann und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin neuer brexit tschau tschau